Eines Tages bekam der Bodhisattva Lust, in seinen Park zu fahren, und er sagte zu seinem Wagenlenker, spanne den Wagen an. Dieser erwiderte, gut, spannte vier herrliche Sindurosse daran und teilte es dem Bodhisattva mit. Dieser bestieg den einem Göttersitz gleichenden Wagen und fuhr fort in der Richtung nach dem Parke. Da dachten die Götter, die Zeit ist gekommen, dass der Prinz Siddhartha zur Erleuchtung gelangen soll. Wir wollen ihm ein Vorzeichen vor Augen stellen. Der Ablauf der Ausfahrten, ob historisch oder lediglich bildhafte Verdichtung für eine wachsende Lebenserfahrung, ist folgender. Die erste Ausfahrt ging durch das östliche Stadttor und gipfelte in dem entsetzlichen Anblick eines von furchtbaren Anzeichen von Altersschwäche gezeichneten Kreises. Bei der zweiten Ausfahrt durch das südliche Stadttor wurde er mit dem ekligen Anblick eines Schwerkranken und auf der folgenden Ausfahrt durch das westliche Tor mit dem Anblick eines Toten konfrontiert. Die verständliche Klage über Vergänglichkeit, Leid, Alter und Tod mündet in die bedeutsame vierte Ausfahrt durch das nördliche Tor. Dort trifft er einen Bettelmönch, trotz allen Leides ringsumher, voller Ruhe und Selbstbeherrschung. Der Keim ist gelegt. Der Weg zur nächsten Erkenntnis ist nicht weit. Ekel haftet nicht nur Alter und Krankheit an, sondern auch dem Luxus. Es gibt viele Geschichten über Prinz Siddhartha, den Mann, der zum Buddha wurde. Viele dieser Geschichten beginnen damit, dass Siddhartha ein behüteter Prinz war, der eines Tages auf einem Ausflug außerhalb des Palastes zum ersten Mal Krankheit, Altern und Tod begegnete. Die Erkenntnis dieses Leids machte ihn so traurig und verzweifelt, dass er Mönch werden wollte, weil er darin eine Möglichkeit sah, anderen Menschen zu helfen, einen Weg aus dem Leid zu finden. Diese Version der Geschichte erscheint mir doch arg naiv. Siddhartha war ein intelligenter junger Mann. Es kann einfach nicht stimmen, dass er nie einen kranken Menschen gesehen hatte, und es ist mehr als unwahrscheinlich, dass er mit 29 Jahren noch niemals mit einem Sterbenden konfrontiert gewesen wäre. Sein Vater war ein König. Doch ein König hatte gar nicht so viel Macht, wie wir vielleicht glauben mögen. Es mag auch damals korrupte Minister gegeben haben, die die Lösung wichtiger Probleme verhindert haben. Selbst als König kann man dem Volk nicht alles Leid ersparen. Es gibt viele arme oder hungrige Menschen. Als intelligenter junger Mann wird Siddhartha das erkannt haben. Und so fasste er den Entschluss, einen Pfad zu finden, der allen Glück bringen könnte. Darum suchte er nach einem Weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018